Das Wort zur Woche zum Sonntag 6er Gesine am 7. Februar 2021 Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Stimme, die Stein zertricht, kommt mir den Finstern nah. Jemand, der leise spricht, hab keine Angst, ich bin da. Sprach schon vor Nacht und Tag, vor meinem Neid und Jahr. Stimme, die alles trägt, hab keine Angst, ich bin da. Bringt mir, wo ich auch sei, Botschaft des neuen Beginns. Nehmt mir die Furcht, macht frei, stimme die Dei, bis ich bin's. Und es dann wieder leer, teilen die Leere mehr. Seh' ich nichts, hör' nichts mehr und bin nicht an, du bist hier. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, nehmt die Kopfhörer aus den Ohren und legt eure Handys beiseite. Für einen Moment. Macht den Fernseher aus, schaltet das Radio ab, lasst das Internet verschwunden. Und haltet die Hände hoch, setzt euch hin, für einen Augenblick, heute. Und hört, was er sagt, schreibt, erzählt, hört in euch hinein. Ihr kennt ihn, kennt seine Geschichten, seine Gleichnisse, seien selig seid ihr, wenn ihr... Ja, wenn, lauscht und seht. Seht dabei auf die Welt, die Menschen, das Leben. Seht die Gesichter derer, die euch anvertraut sind. Nicht allein eure Kinder, nicht allein der Partner, die Eltern, die Enkel. Seht hin, seht die Nachbarin, den Kollegen. Seht auf, seht den, ja und auch die. Und verstockt eure Herzen nicht. Heute und den Anteil am Leben derer neben euch und derer, von denen nur die Nachrichten berichten. Die aber auch Menschen sind, wie du und ich. Darum verstockt eure Herzen nicht. Macht euch viel mehr Gedanken über die Welt und über Gott. Denn mehr macht sich auch Gedanken über euch. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, spricht der Herr, dass ich dir Zukunft gebe und Hoffnung. Sagt Jeremia, der Prophet. Aber wir müssen zuhören und unsere Herzen öffnen. Anders geht es nicht darum. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Heute, nicht erst morgen. Aber wir müssen zuhören und unsere Herzen nicht zuhören und unsere Herzen nicht zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche und dürfen Sie Ihr Herz und Ihren Verstand für Gott sehen. Ja, aber wir müssen Sie.